Die Bahnstrecke Paris-Marseille ist eine Eisenbahnstrecke, die die Hauptstadt Paris mit Marseille über Dillon und Lyon verbindet. Sie wird auch als Lineer-PLM bezeichnet. Die Strecke wurde in den Jahren 1847 bis 1855 erbaut und von der Compagnie des Schirm-RDFER de Paris Saint-Lyon et la Méditerranée betrieben. Ab 1938 ging die Verbindung in das Eigentum der Societe Nationale des Schirm-RDFER France über. Sie durchfährt die Regionen Ile-de-France, Bourgogne, Franche-Côte, Auvergne, Rhonealp und Provence-Alp-Côte d'Azur. Auf nahezu ganzer Länge gibt es parallel eine Neubaustrecke. Seit 1997 gehört die Linie, wie auch das restliche Netz, dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen Risse auf Herre-de-France. Streckenverlauf Die Strecke führt vom Gare-de-Lyon in südöstlicher Richtung der Seine entlang, später führt sie flussaufwärts der Jonne. Der Armankon und der Brenne entlang, sie überquert die Wasserscheide Mittelmeer-Atlantik auf einer Höhe von 405 Metern. Die Strecke hat zwischen Le Laumes-Alessia und Dillon ein Gefälle von 8 Promille. Ab Dillon folgt die Strecke der Sonne, ab Lyon befindet sie sich auf dem linken Ufer der Rhone. Ab Arles richtet sich die Strecke in östlicher Richtung neu aus. Marseille wird erreicht, nachdem der Tunnel de la Nœud durchfahren wurde. Zwischen Gévoire-Scanal und Grézanne gibt es parallel die Bahnstrecke Gévoire-Scanal-Grézanne auf dem rechten Ufer der Rhone. Diese wird hauptsächlich für den Güterverkehr benutzt. Geschichte Die Strecke war, wie es der Stern von Le Grand Foursa, auf Paris ausgerichtet. Es war zunächst geplant, einen langen Tunnel unter dem Mont-Afrique zu bauen. Dies wurde schließlich verworfen und die Strecke mit einem kürzeren Tunnel über Blacy-Bas geführt. Die Strecke wurde schrittweise eröffnet. Die ersten 196 Kilometer von Paris nach Tonnerre wurden am 12. August 1849 eröffnet. Der Abschnitt Dion-Challon-sur-San wurde am 1. September desselben Jahres eröffnet. Am 22. Juni 1851 wurde der Abschnitt Tonnerre-Dion in Betrieb genommen. Der Abschnitt von Challon-sur-San nach Lyon wurde drei Jahre später am 10. Juli 1854 eröffnet. Der Betrieb wurde von 1857 bis 1938 von der Kompanie des Schirm-RDFER de Paris-San-Lion et la Méditerranée durchgeführt. Ab 1938 wurde sie in die Societe Nationale des Schirm-RDFER France integriert, seitdem erbringt diese den Verkehr. Die Strecke ist seit 1962 mit 1,5 Kilowolt Gleichstrom elektrifiziert. Die Arbeiten zur Elektrifizierung haben von 1949 bis 1962 gedauert. Ein erster Geschwindigkeitsweltrekord wurde am 20. Februar 1954 bei Vujo aufgestellt. Es wurden 243 Kilometer pro Stunde mit einer Lokomotive der Baureihe CC 7100 erreicht. Die Fahrzeiten von Paris nach Marseille haben sich immer wieder verkürzt. Brauchte der Mistral 1954 noch 8 H03 MIN, so waren es 1962 nur noch 7 H10 MIN und 1969 verkürzte sich die Fahrzeit des The Mistral auf 6 H40 MIN. Die größten Fahrzeitverkürzungen wurden aber erst mit der Inbetriebnahme der parallelen Linie A Grande Vitesse erreicht. Durch die LGV SU DEST wurde 1983 die Fahrzeit von Paris nach Marseille auf 4 H42 MIN verkürzt. Durch die LGV Rhone Alp betrug 1994 die Fahrzeit nur noch 4 H14 MIN und auf der seit 2001 bestehenden LGV Mediterranee brauchen die schnellsten Züge nur noch 3 H. Infrastruktur Die Strecke ist durchgehend zweigleisig. Vom Gare de Lyon nach Melun sind es 6 bzw. 4 Gleise. Südlich von Lyon gibt es ebenfalls 4 Gleise bis nach Chasse-sur-Rhone. Von dort sind es zwei Gleise, die bis nach Marseille-Saint-Charles. Die Strecke ist mit dem Blockautomatik-Lumineur ausgerüstet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt auf vielen Abschnitten 160 km pro Stunde. Die Strecke besitzt viele Kunstbauwerke. Sie verfügt über zwei Tunnels, die jeweils eine Länge von mehr als 4 km haben, nämlich der Tunnel de la Nœud und der Tunnel de Blasie BAS. Es gibt außerdem einige größere Brücken. Betrieb Bis zum Jahr 1982 verkehrte auf der Strecke der T-Mistral, dieser Verband Paris mit Nizza über Dillon, Lyon, Valens, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes und Antibes. Durch die Inbetriebnahmen der Schnellfahrstrecken nahm der Personenfernverkehr auf der Strecke stark ab. Er wurde sukzessive auf die LGV SU-DEST, die LGV Rhone-Alp und die LGV Mediterrane verlagert. Auf der Strecke verkehren heute Regionalzüge des TER Bourgogne, TER Rhone-Alp und des TER Provence-Alp Côte d'Azur, sowie zwischen Paris und Monteiro der Transilien Paris-Lyon. Die Strecke wird auch für den Güterverkehr genutzt.